Du fragst mich, wer du bist, wer du warst, was du getan hast? Du warst, naja. Bist du sicher, dass du mehr über dich wissen möchtest? Du warst ein Arschloch. Überheblich. Reif für die Katastrophe. Ein aggressiver Typ, würde ich sagen. Unzuverlässig, egoistisch, unberechenbar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017